hallo meine freunde und herzlich willkommen ich begrüße euch zu einem neuen videoprojekt auf meinem youtube kanal im ls19 und zwar da ich ja jetzt seit beginn ls19 eigentlich nur gestreamt habe auf der felsbrunn und ich dachte mir irgendwie ein paar videos wieder täglich raushauen wäre auch nicht schlecht und da ich halt ja die ravenport karte noch nicht gespielt habe und sie auch eigentlich nicht wirklich kannte habe ich mir jetzt gedacht dann mache ich ein video projekt auf der ravenport da auch unser multiplayer projekt halt auf der felsbrunn stattfinden wird dachte ich mir dann ravenport machen wir einfach mal gucken uns die karte an zocken hier ein bisschen drauf und haben hoffentlich ein schönes projekt so ich habe also quasi mit dem spielstand auf null also auf schwer angefangen was natürlich ein bisschen schwierig wird wahrscheinlich wegen der preise und so aber letzten endes ist es wiederum gar nicht so schlecht weil ich habe halt ein bisschen mit dem geld rumgecheatet keine angst es ist nicht wie in den ls17 projekten dass ich jetzt alles habe definitiv nicht also wir haben ein startkapital von 250.000 euro kein kredit und ja wir haben hier unsere schöne unaufgeräumte hütte und befinden uns hier auf unseren hof den habe ich mir hier angelegt daher habe ich halt ein bisschen mit dem geld spielen müssen um mir diesen hof hier anzulegen mit dem nötigsten was man braucht um anzufangen würde ich jetzt mal sagen ja mein headset kabel kremmt gut ja wir befinden uns hier oben quasi beim feld 3 und gehören quasi auch ja das hier gehört uns das habe ich gekauft feld 1 2 und 3 die waren urboten sich halt einfach an jetzt die als startfelder zu nehmen ich hatte also unser hof befindet sich auf dieser parzelle und ich dachte mir gut ein feld brauchen wir auf jeden fall kaufe ich noch eins dazu nur ein feld wäre ein bisschen blöd am anfang aber sagt mir kommt die drei felder und letzten endes felder gibt es ja noch genug auch richtig große felder die man sich noch erwirtschaften kann muss und daher dachte mir drei felder von der größe ist eigentlich okay für den anfang man will auch was zu tun haben ja wir haben unsere hütte ich habe hier ein paar leuchten aufgestellt dass alles beleuchtet ist ein bisschen dekoration so eine garage hier steht unser kärcher ja auch tatsächlich da steht ich habe schon gehört dass es bugs gibt dass der verschwindet und so weiter hier haben wir ein silo das ist ein mod silo fand ich halt extrem schick besser als die sollen ja alu tonnen die dies da immer gibt wie ich es nenne passt alles rein also alles an fruchtarten was es nun gibt geht hier rein zu je 500.000 liter waren es glaube ich da müsste man eventuell mal kurz nachgucken damit ich hier kein schmuh erzähle genau 500.000 liter von jeder fruchtsorte alle also eigentlich alles was es gibt daher fand ich das halt ganz hübsch passt nicht unbedingt jetzt in diesem stil hier rein aber letzten endes die heilen auch nicht also ich habe mich halt tatsächlich geärgert über das bauernhaus hier auf der ravenport karte das finde ich komplett hässlich hätte mich gefreut wenn ich das außer außer felsbrunnen hätte hinstellen können das hätte erst mal besser eingepasst weil zumal auch so optisch das jetzt gar nicht typisch amerikanisch wirkt diese karte also ich sag mal das könnte auch ganz ganz europäisch sein was hier im hintergrund zu sehen ist gut okay halten wir uns damit nicht länger auf ich habe uns hier ein silo hingebaut ich dachte mir platz ist noch da machen wir hin vielleicht brauchen wir es irgendwann denn tiere wollen wir sowieso mal irgendwann haben müssen wir uns halt auch noch eine parzelle verkaufen ja boden habe ich hier angepasst hier habe ich vielleicht hochgezogen mit dem gebäude ist aber auch nicht schlimm boden kann nicht immer 100 prozent glatt sein also von daher gar nicht so schlecht hier die ecke auch ein bisschen aber so ein bisschen deko habe ich mit reingebracht um das ganze gelände so ein bisschen von der straße abzutrennen ich hoffe es gibt bald zäune die ich eventuell noch vor klar büsteren kann das würde ich noch ganz nett finden weil sonst könnte man auf die idee kommen hier einfach rein zu fahren was ich nicht möchte ein fahrt ist ganz klar hier vorne geht leicht bergab ich denke aber dass das funktionieren sollte ich bin als ich das ganze zeug hier rauf gefahren habe war die auffahrt noch ein bisschen anders aber ich glaube das funktioniert so ja wir haben hier eine hoftankstelle und eine werkstatt habe ich hier auch da ich jetzt hier auch definitiv mit den reifen wechseln arbeiten will das heißt pflegebreifen drauf wenn wir sie brauchen ansonsten andere reifen breitreifen was halt grad mehr oder weniger gefordert wird oder passt so dann fangen wir mit den fahrzeugen an wir haben einmal einen fendt 724 mit frontlader hinten radgewichten aber das können wir ja hinterher immer noch ändern ja erst mal ein relativ kleiner traktor halt mit frontlader dachte ich da können wir nichts falsch machen und ein john deere 7310 r habe ich mir genommen den habe ich jetzt auch gleich hatte im ls 17 hatte ich den quasi auch als mod jetzt sind sie halt offiziell dabei und da man alles andere eigentlich schon kennt ja habe ich jetzt ein bisschen für john deere entschieden genauso wie für den drescher da haben wir den t560i mit einem ich glaube sieben meter irgendwas schneidwerk also das ist jetzt auch nicht mega groß ich habe auch ganz bewusst nicht zu große sachen genommen weil ich möchte mir hier noch was erarbeiten mal haben wir noch genug mit parzellen kaufen weiden für die tiere tiere selber kaufen und wir brauchen auch noch haufen gerätschaften dann letzten endes ich habe einen flug geholt relativ groß jetzt schon für den anfang ähm den werden wir ja nicht oft brauchen ist ja tatsächlich so aber wenn ich doch fliegen muss und da wir zum beispiel auf feld 1 schon kartoffeln haben die wir nicht ernten können äh es sei denn ich würde den kartoffelernter mieten was ich aber glaube ich nicht mache dann flüge ich das glaube ich lieber weg aber dann äh brauchen wir nicht fünf jahre um feld 1 um zu flügen wir haben die fehlerstedt rapid heißt die glaube ich ähm ja direkt saatmaschine sechs meter arbeitsbreite sollte auch erstmal ausreichend sein ein kipper haben wir den äh agroleiner äh 21.000 liter gehen rein müsste auch erstmal hinkommen und dann haben wir hier noch ein bisschen ja für die feld und frucht gesundheit äh kalkstreuer habe ich halt tatsächlich bewussten sehr groß genommen weil ich denke mal es dürfte euch auch ja schon bekannt sein kalk wird echt in massen verbraucht dagegen ne 14.000 liter rein und die braucht man auch für so ein feld dann haben wir den striegel da habe ich gleich den ganz großen genommen weil man sich sind wahrscheinlich dumm und dusselig striegelt je nachdem ob wir es überhaupt hinkriegen ob er zum einsatz kommt oder nicht der geht ja nur in den ersten beiden pflanzenwachstumsstufen schauen wir einfach aber ich sag mal das ist wirklich grundausrüstung die man braucht dann haben wir düngestreuer ähm den axis denke der reicht auch erstmal und äh ja eine feldspritze mit pestiziden habe ich eigentlich die kleinste genommen die es gibt und ja das sollte dann glaube ich von anfang schon mal eigentlich ausreichen ja hier habe ich noch ein bisschen feldweg hingebaut man kann ja dank des supergeilen patch der seit heute nacht draußen ist hier schön ähm das terreur verändern deswegen konnte ich hier einen schönen feldweg hinbauen ähm lässt sich auf jeden fall richtig gut mit arbeiten dementsprechend äh auch die hofeinfahrt so relativ sauber hingekriegt dass sie nicht so krass kantig ist weil man schön glätten kann und so weiter damit also das kann man jetzt richtig gut bearbeiten so ja das hier ist jetzt auf jeden fall unser hof auf dem wir hier starten werden wir nennen es einfach das ravenport projekt nenne ich jetzt einfach so was anderes fällt mir dazu gerade nicht ein ich bin gespannt wenn es nacht wird ob die lampen auch wirklich funktionieren die sollen alle automatisch angehen es gibt auch die als manuell ich habe mich jetzt aber für die automatischen lampen entschieden ich hoffe das funktioniert dann auch so ja wie gesagt ähm kohle 250.000 startkapital kein kredit ja ihr seht was ich hier ausgegeben habe ähm das ist erstmal zu ignorieren ich überlege ob wir dann bevor wir hier richtig loslegen ob ich den tag noch vorspule dass wir quasi dann den dienstag richtig durchstarten muss ich mal schauen ähm Videolänge wird sich ja wie wie es eigentlich sonst auch mal angedacht war bei 15 minuten in etwa einpegeln ich denke das ist ganz okay dass ihr jeden tag 15 minuten was zu gucken habt ja äh ein hund habe ich mir auch schon geholt der dürfte hinten rumlaufen ich habe nur keine ahnung wie man den bedient mit mein f1 menü weg warum auch immer das hätte ich gern mal damit ich weiß wie der hund geht wo ist er denn da ist er so ich kann ihn mit r füttern ok ok sehr schön und bei fuß dann kommt er mit ich habe gehört der läuft auch komplett die ganze karte mit und man kann ihn auch von überall wieder nach hause schicken finde ich ein richtig geiles gimmick äh bin ich in meinem stream ja noch nicht zu gekommen ich habe da halt kein geld auf meiner felsbrunnen da bin ich richtig hart am ackern und komme zu nix deswegen habe ich da sowas noch nicht der läuft schief der hat einen hüftschaden so und zurück ab in dein körbchen der läuft echt nicht gesund also nicht dass ich tierarzt wäre oder so aber das fällt schon auf dass der ganz schön schief läuft ja ich denke wird ein interessantes projekt wie gesagt ich habe mich wirklich ähm gerätetechnisch relativ klein noch gehalten klar ist der äh John Deere Traktor schon ein Großtraktor brauchen wir aber halt einfach für den für den Flug ähm der hat auch wir können ja mal kurz in die Garage gucken jetzt auch nicht so übermäßig viel ähm also das hier ne ist der Landschaftsbau hier kann man komplett das ganze Terrain mit bearbeiten und äh dann hier auch verschiedene Bodenbeläge auswählen und so weiter und so fort nur mal eben für alle die die es noch nicht gesehen haben so wir gehen mal eben in die Garage so genau wir haben 240 PS hat der Fendt und der John Deere 352 ähm 300 brauchen wir für den Flug denke ich sollte man mit denen hinkommen ich will auch gucken dass ich das meiste eigentlich auch so selber wirklich mache gar nicht so übertrieben viel mit Helfer weil ich denke mal die sind wahrscheinlich recht teuer äh muss ich mal auspegeln eventuell ähm vielleicht kann man ja auch hier und da mal einen Helfer arbeiten lassen Hauptsache es lohnt sich dann noch das ist denke ich ganz wichtig ja äh jetzt ist jetzt auch irgendwie mein Stream hier noch angegangen sehr schön das müssen wir mal eben ändern ja läuft bei mir und jetzt habe ich auch eine FPS Anzeige irgendwie haben wir hier ein bisschen äh Tasten doppelt belegt sehe ich auf jeden Fall auf jeden Fall stabile 60 Frames die hätte ich gerne wieder raus die Anzeige ich habe keine Ahnung welche Taste das jetzt ist aber kümmere ich mich gleich drum gut dann sind wir bei 13,5 Minuten ich denke für das erste Video sollte es erstmal reichen wir haben jetzt das Projekt kennengelernt und morgen legen wir los würde ich mal behaupten dann hat es mich gefreut dass ihr reingeschaut habt ich hoffe ihr seid in dem Projekt fleißig mit dabei am gucken dass es euch gefällt lasst mir doch gerne ein paar Kommentare da was wir vielleicht noch ändern können oder was ich mit äh ähm noch vielleicht an Geräte schon mal mit reinnehmen soll oder was wir als nächstes überhaupt starten vielleicht habt ihr ein paar Ideen wo wir anfangen sollen wo wir starten können was das sinnvollste ist bin ich gerne bereit äh da ein bisschen Kompromisse zu finden und ja ihr habt bestimmt ein paar gute Ideen ansonsten lasst doch gerne ein Däumchen für das Video da damit unterstützt ihr mich ganz immens und falls ihr das noch nicht getan habt ein kostenloses Abo für den Kanal würde mich auch freuen ja dann sag ich mal auf wieder rein äh auf wieder schauen und reingehauen bis morgen